Vorrangkündigung! Vorrangkündigung! Am Sonntag am 10. Andi! Das ist so laut, das ist ja unglaublich! Also, am Sonntag am 10. November machen wir einen Live! Live übertragen! Vlog, wie es uns im Herbst ergangen ist, wie das Traubenernte war! Genau! Alles am Sonntag am 10. Um 10 Uhr! 10. November! Schaltet ein, wir freuen uns auf euch! Undi ist am Fässer ausgepunken, das hat einen ganz schönen Grund, den sagen wir euch nachher. Ich bin da, es ist natürlich nach dem Herbst, hat man nicht lange Zeit und dann beginnt schon wieder die Saison mit unserem Apfel-Zimtlikör. Ganz schön, ich bin da voll fleißig am Abfüllen von der großen Ballonflasche, natürlich in die kleinen. Die werden jetzt fertig abgefüllt und dann noch etikettiert. Da müssen eigentlich die Flaschen in der Woche bereiten. Was geht? Du hast es gerade erlebt, richtiger Moment. Wir müssen den Parkheller leer machen, wie ihr seht, nicht mehr schön. Er war einmal Schneeweiss, aber das war vor langer Zeit. Und jetzt haben wir uns entschieden, wir werden ihn streichen. Ja, und ich bin motiviert für eine ganz dunkle Farbe, so ein schönes, dunkles Althrazit. Also was gefällt mir so? Ja, ich wäre eher für Mais, aber hat vielleicht den Vorteil anderer Zeit, man würde diese Flecken nicht mehr so schlimm sehen. Wenn es mal wieder spritzt, dann sieht man die Flecken nicht so. Eben ja, gerne. Ja genau, also schreibt doch unten in die Kommentare, was ihr sagt, ein dunkler Keller, ein schöner, heller, luftiger Keller. Ein bisschen freundlicher. Ja. Also ich denke schon. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu meint. Genau, also wunderbar. Hast du schon erzählt, was du gemacht hast mit deinem feinen Apfel-Ziebchen? Apfel-Ziebchen habe ich gezeigt. Hast du gemacht, ja. Und dann ist da noch eine Frage gekommen, eine Frage ist gekommen. Was machen wir mit dem vielen Saftabzug? Also es gibt ja ganz viel weissen Traubensaftmust, also vom Saftabzug. Und was machen wir? Das hier machen wir. Da. Bladenoir, Rosé. Genau. Und? Und den Schaumwein, die Schwarzperle. Das machen wir alles aus. Aus dem roten Saft vom Saftabzug. Jetzt müssen wir schauen, wenn es wieder mal geil, geil, geil. Ah, die Sonne ist da. Hey, das Wetter weiss ich nicht mehr. Nein, einmal regnet es, einmal kommt die Sonne noch, und die Rinden, wo das Wetter herkommt bei uns, ist wieder stockschwarz. Also, ja, es ist ein Hin und Her. Also, 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 also denkt daran, dick und fett in die Agenda einschreiben. Sonntagviert, nein, Sonntagzehnt. Tagzehnt. Zehnten November. Um 10 Uhr am Morgen. So schön wie zum Frühstück, mit ein bisschen Gipfeli und Orangensaft. So. Das könnten wir auch machen, mit Erdenflug. Ja, mal schauen. Uns fällt schon noch was ein. Ich denke ja. Dann erzählen wir, wie wir den Herbst erlebt haben, was wir gemacht haben. Grosses Update live. Genau wie das schon der Ding ist. Also. Macht es gut. Danke vielmal. Wir freuen uns. Tschüss.